Wir haben jetzt die Amnesty News für euch und die spricht heute Chiara. Indonesien. Was haben Shampoo, Zahnpasta, Schokoriegel und Waschmittel gemeinsam? Sie alle enthalten Palmöl. Für Palmöl aus Indonesien nehmen Firmen wie Nestle, Kellogg's oder Colgate systematische Menschenrechtsverletzungen in Kauf. Das zeigt ein neuer Amnesty-Bericht. Für diesen hat Amnesty die Arbeitsverhältnisse auf Plantagen der Firma Wilma untersucht. Dabei wurde gleich eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt. Frauen werden bedroht und dazu gezwungen, unbezahlte Überstunden abzuleisten. Kinder ab acht Jahren müssen gefährliche Arbeiten verrichten und können nicht zur Schule gehen. Außerdem sind die Arbeiter einem äußerst giftigen Unkrautvernichtungsmittel ausgesetzt. Dieses ist in Europa aufgrund seiner gesundheitlichen Schäden verboten. Auch auf offizielle Zertifikate kann man sich als Verbraucher nicht verlassen. So Amnesty. Vielmehr müssen die Regierungen der betroffenen Länder aktiv werden. Syrien. Seit 2013 ist die Organisation der Weißhelme in Syrien aktiv und leistet dort medizinische und humanitäre Hilfe. Dafür erhielt sie in diesem Jahr den alternativen Nobelpreis. Im Gespräch mit Amnesty-Generalsekretär Markus Beko berichtet Farouk Habib, ein Vertreter der Organisation, von der Lage in Syrien. Dort werden nicht nur zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, sondern auch die Quartiere der Weißhelme von der syrischen Armee angegriffen, so Habib. Seit langem fordert auch Amnesty schon das Ende der Angriffe auf Zivilisten. Nigeria. Rund 1000 Menschen demonstrieren am 30. Mai friedlich für die Unabhängigkeit der Region Biafra. Über 60 Demonstranten bezahlen dafür mit ihrem Leben, hingerichtet von nigerianischen Sicherheitskräften. Solche Massenhinrichtungen sind neben Folter und willkürlichen Festnahmen keine Seltenheit in Nigeria. Das zeigt ein neuer Amnesty-Bericht. Seit August 2015 starben über 150 Demonstranten und Aktivisten, die für ein freies Biafra kämpften. Hunderte Videos, Fotos und Aussagen von Augenzeugen wurden von Amnesty analysiert. Diese belegen dieses brutale, außergerichtliche Vorgehen der nigerianischen Polizei. Doch da die Regierung nichts unternimmt, fühlen sich die Sicherheitskräfte legitimiert, weiter ihr Unwesen zu treiben. Griechenland. Während ihrer Flucht sind Frauen und Mädchen sowie LGBTI-Flüchtlinge erschreckend oft Opfer sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt. Migrantinnen berichteten Amnesty 2016 von der Gefahr von Vergewaltigung auf der Fluchtroute. Die sei so allgegenwärtig, dass Mädchen vor der Flucht Verhütungsmittel zu sich nehmen, um nicht schwanger zu werden. Schuld daran ist auch ein fehlender rechtlicher Schutz, den Flüchtlinge ohne Papiere zur Anzeige bräuchten. Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordert Amnesty Regierungen weltweit auf, mehr Schutz zu bieten. Deutschland. Die aktuelle Amnesty-Petition Menschen vor rassistischer Gewalt in Deutschland schützen wurde in den vergangenen Monaten von über 100.000 Menschen unterzeichnet. Sie richtet sich an die Innenministerkonferenz in Saarbrücken und wird als offener Brief in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Wie jedes Jahr findet im Dezember auch der Briefmarathon statt. An wenigen Tagen konzentrieren sich Menschen auf der ganzen Welt auf das Schicksal Einzelner. Sie schreiben Briefe der Solidarität an die Betroffenen und Briefe mit Forderungen an die zuständigen Regierungen. Parallel dazu findet vom 1. bis zum 23. Dezember 2016 der Briefmarathon an Schulen statt. Weitere Infos und spannende Beiträge findet ihr auf amnesty.de. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.